Hallo liebe Windelträger. Ich habe bei Abu bestellt, da ja die neue Tiny Tales herausgekommen ist. Die habe ich in Windel News Folge 18 kurz vorgestellt, zu der Zeit noch als Vorankündigung. Etwas später waren sie erstmals zum Vorbestellen verfügbar, allerdings vorerst nur bei Abu Direkt und noch nicht bei den freien Windelshops. Da der Preis im Vergleich zur versprochenen Saugleistung recht angemessen erschien, habe ich mich dazu entschieden, eine kleine Bestellung direkt bei Abu EU zu tätigen. Das ist der Karton, den ihr seht. Wie beim letzten Mal wurde alles neutral verpackt, sodass man die Windeln von außen nicht sehen kann. Da ich die Windeln bisher noch nie getestet habe, entschied ich mich erstmal für eine kleine Bestellung. Der Karton enthält daher nur zwei Pakete. Und dazu noch eine Karte sowie zwei Lollis. Die packt Abu als kleine Aufmerksamkeit immer mit dazu, finde ich an sich eine nette Geste. Machen manche Verkäufer auf Ebay mit Gummibärchen, wenn auch eher seltener. Die Windelpackung der Tiny Tails sieht aus, wie bei der Präsentation im anderen Video mit dem bunten Design und der leicht durchsichtigen Folie. Dazu habe ich noch eine Packung Super Dry Kits bestellt. Die wollte ich schon länger mal testen, es ist eine der wenigen Windeln mit zwei Klebern, also einem pro Seite. Optisch sind sie klassisch ausgerichtet und sollen wohl an eine deutlich ältere Pampers erinnern, wie es sie ganz früher mit Folie gab. Heute gibt es das Großteils nur noch bei ABDL-Windeln, die nicht nur besser verfügbar sind, sondern auch besser passen. Ich bin gespannt, wie sie sich mit nur zwei Klebern schlägt. Meine bisherigen Tests solcher Windeln waren ja eher durchwachsen. Noch etwas interessanter finde ich aber die Tiny Tails. Der Ankündigung nach verspricht Abu damit eine moderne Windel im Furry Still, die nicht nur äußerlich schön aussehen soll, sondern auch eine hohe Saugleistung bieten, wie man sie bei modernen ABDL-Windeln mittlerweile erwarten kann. Sie wird daher bunter sein, als die Super Dry Kits. Von letzterer erwarte ich eher eine dünnere Windel im minimalistischen Design. Auch das hat sich über die Jahre verändert, viele ABDL-Windeln sind stärker geworden und dank moderner Druckverfahren immer detaillierter. Ich freue mich auf zwei spannende Tests einer brandneuen Windel und einer zweiten, die es zwar schon eine Weile gibt, aber ich bisher noch nicht ausprobieren konnte. Wie gefallen euch die beiden? Schreibt es gerne in die Kommentare oder kommt in die offizielle Windelgruppe, um euch mit mir und anderen Windelträgern auszutauschen. Abonniere unbedingt kostenlos meinen Kanal, damit du die Videos zu den Praxistests von Tiny Tales und Super Dry Kits nicht verpasst. Bleibt trocken, bis bald!